Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich ein bisschen aus meiner Komfortzone herauskommen. Ich bin echt aufgeregt. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall farbenfroh. Starten wir direkt rein ins Video. Okay ihr Lieben, ich habe tolle Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit den Farben von Amsterdam. Ich habe hier ein Gold und ein Kupfer. Ich möchte jetzt mal ein kleines Paddel in der Mitte schaffen. In meinem Kopf habe ich ein Bild. Mal schauen, ob wir das so umsetzen können. Ich mische ein bisschen Gold und ein bisschen Kupfer miteinander. Dieses Kupfer von Amsterdam ist so schön. Es ist einfach so glänzend. Ich nehme noch ein ganz kleines bisschen Pearl Weiß. Das nennt sich die Farbe für die Mitte. Und noch ein ganz kleines bisschen Gold oben drauf. Das war es auch schon mit meiner Mitte. Jetzt nehme ich mir ein Rührstäbchen. Und habe hier mit meinem Paddel einfach mal kurz ein bisschen Spaß. Ihr könnt sehen, ich verändere die Form ein bisschen. Ich vermische die Farben miteinander. Ich möchte nicht, dass es ein Paddel bleibt. Später werde ich das Ganze auch noch ausblasen. Aber erstmal möchte ich so für ein bisschen mehr Textur sorgen. Dieser Punkt wird später meine Mitte symbolisieren. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt genug Farbe habe. Ich glaube, ich möchte noch ein bisschen Gold nachtragen. Ich möchte, dass der Kreis ein bisschen größer wird. Deswegen ziehe ich das Ganze so ein bisschen aus. Mit meinem Rührstäbchen mache ich jetzt noch ein paar feine Linien hier in der Mitte. Ein normales Paddel wäre mir heute zu langweilig. Ihr könnt es sehen, Gold und Kupfer geht einfach immer so gut zusammen. So, das reicht mir erst einmal. Nun werde ich hier meine Mitte ein bisschen abdecken. Ich habe hier so einen kleinen Ring. Den setze ich mir ungefähr drauf. Wie gesagt, die Mitte werden wir später auch noch ausblasen. Aber erstmal soll sie ein bisschen geschützt sein. Okay, ihr Lieben. Also, in meinem Kopf habe ich ein Bild von einer Flamme. Wenn man so möchte. Ich möchte diese eine Seite nach oben blasen. Die andere Seite nach unten blasen. Und diese Seite in Rot-Tönen und diese Seite in Blau-Tönen halten. Deswegen beginnen wir jetzt einfach mal mit einer ungefähren Form zu starten. Also, ich habe hier mein Prussian Blue. Wer schon länger meine Videos guckt, weiß, ich liebe diese Farbe. Diese Farbe wird dann auch unser Hintergrund sein, sobald das Bild fertig ist. Ihr könnt unten machen, dann mache ich natürlich genau das Gleiche. Diese Seite möchte ich nach unten blasen. Und auch hier gestalte ich mir eine ungefähre Form, die nachher aussehen soll. So, gut. Ich möchte nun mit meiner roten Seite arbeiten. Dafür habe ich Kaminrot von Amsterdam. Tolle Farbe. Meiner Meinung nach das schönste Rot, was es gibt. Und jetzt, ihr Lieben, haben wir einfach ein bisschen Spaß. Ich werde hier einfach meine Kreativität fein laufen lassen. Die muss da ungefähr so ziehen, wie sie dann sein werden. Aber hier gibt es kein richtig und kein falsch. Ihr könnt euch hier wirklich austoben. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist Rosé von Amsterdam. Das ist so ein ganz schöner, mädchenfarbener, rosa Ton. Den liebe ich sehr. Bei uns in Österreich würde man sagen, das ist Zuckerlrosa. Auch eine ganz, ganz tolle, schöne, helle Farbe. Und zu guter Letzt haben wir hier Rot-Violett von Amsterdam. Ich meine, Leute, schaut euch das an. Muss ich dazu noch was sagen? Wunder, wunderschön. Ich werde versuchen, das meiste in meiner Farbe hier im Center aufzutragen, also in der Mitte. Dadurch, dass ich jetzt später sowieso nach außen blasen werde, haben wir hier mehr als genug Farbe von Svalainland. Soweit, so gut. Nun beginne ich mit meiner blauen Seite. Ich beginne hier mit Pfeilandblau von Amsterdam. Habe ich auch schon in ganz, ganz vielen meiner Videos verwendet. Liebe ich sehr. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Tscherkiesgrün. Und zu guter Letzt verwenden wir Himmelblau von Amsterdam. Schöne, hellblaue Farbe. Es gibt unserem ganzen Bild dann gleich noch ein bisschen einen helleren Kontrast. Jawohl. Nun habe ich noch Perlweiß vorbereitet. Das werde ich auch nur ganz leicht nutzen auf beiden Seiten. Für ein paar Schatten. Es ist gut möglich, dass wir später noch ein bisschen mehr Farbe nachtragen. Ja, tatsächlich. Obwohl so viel auf unserer Leinwand ist. Werde ich heute nicht sparen. Gut. Nun, ihr Lieben. Möchte ich später unsere Mitte natürlich verbinden mit unseren Farben. Dementsprechend werde ich noch ein ganz kleines bisschen Gold. Und ein ganz kleines bisschen Kupfer auf beiden Seiten auftragen. Kann auch sein, dass ich das später noch ein bisschen nachtragen werde. Das lasse ich mir aber offen. Und Kupfer auch noch. Okay, ihr könnt jetzt schon sehen, das ist wirklich ein tolles Farbspiel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Seite euch besser gefällt. Ich bin noch unschlüssig. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Haartrockner und blasen es aus. Wollen wir? Okay, ihr Lieben, ich beginne nun, die linke Seite nach oben zu blasen und die rechte nach unten zu blasen. Wichtig ist mir hier in unseren freien Stellen, werde ich nachher noch ein bisschen Hintergrundfarbe, in meinem Fall war das Fresh & Blue, auftragen. Ich möchte nämlich schon, dass die beiden Seiten separiert voneinander sind. Okay, ihr Lieben, so habe ich mir das vorgestellt. Ihr könnt schon sehen, wie schön die Farben miteinander gehen, obwohl es zwei ganz verschiedene Farbfamilien sind. Ich werde jetzt einmal noch kurz mit dem Brenner drüber gehen, weil ich sehe, ich habe hier ganz, ganz, ganz viele Luftbläschen in meiner Farbe. Sobald so gut, nun werde ich den mittleren Ring entfernen. Ich möchte nicht, dass es ein Ring bleibt, sondern ich möchte schon, dass die goldene Farbe dann in unsere beiden Seiten, in unsere beiden Flügel austreten darf. So, ich drehe meinen Kreis, bevor ich ihn abgebe. Und vorsichtig, jawohl. Jetzt möchte ich versuchen, die Mitte noch ein bisschen mehr auszublasen. In meinem Kopf verbindet sich das goldene Kupfer mit unseren beiden farbigen Seiten. Wünscht mir Glück, ich versuch's. Wünscht mir Glück, ich versuch's. Was? WUNSCH. WUNSCH. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun muss ich sagen, bin ich wirklich zufrieden. Kommt mal ein bisschen näher ran, lasst uns die Details anschauen. Ich fange hier bei der rechten blauen Seite an. Ich meine, schaut mal, wie schön die Blumens zusammengehen. Blautöne gehen meiner Meinung nach wirklich immer. Unser Gold zieht sich nach außen auf beiden Seiten. Das ist es, was ich heute schaffen wollte. Ich finde, die Mitte sieht aus wie eine kräftige Sonne. Und auch hier unsere rot-rosa Seite. Das Kaminrot, das Pink, das Violett. Alles geht gut zusammen. Also die Farben harmonieren perfekt. Also gut, meine Lieben. Wenn euch, mein Schätzchen, genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr künftig keine meiner Videos mehr verpassen wollt, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke anzumachen. Und für heute muss ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Es hat wie immer Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, ihr Leben. Macht's gut.